Warum ich bei Denken, Fühlen, Wollen keine Antworten gebe. Warum ich bei Denken, Fühlen, Wollen keine Antworten gebe. Ich möchte euch in dieser Episode ein wenig näher erläutern, welche Motivation meinerseits dahinter steckt. Und gleichzeitig stemmt natürlich dieses, ja, keine Antworten geben und alleine lassen auch nur bedingt. Weil ich vor drei Episoden, verlinke ich ganz gerne unter diesem Video, natürlich auch schon auf dieses Thema zu sprechen gekommen bin. Aber das hier zum Beispiel auf Geldaffirmationen oder auch meinetwegen auf das Mindset zu übertragen, das ist etwas, was ich euch selber überlasse, dass ihr auch selber versucht, diese Dinge für euch im Geiste zu bewegen und zu entschlüsseln. Also ich möchte ja nicht dahin kommen, dass ihr letzten Endes auch mich jetzt nicht irgendwie, ich meine, ich habe Stand jetzt, wo ich es gerade aufnehme, hier 41 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe keine Ahnung, was danach passiert, weiß ich nicht. Aber ich habe keine Lust, ein Guru zu sein. Ja, ich möchte Menschen um mich herum haben, die selber denken. Das ist der nächste Punkt. Menschen, die selber denken. Diese Menschen möchte ich um mich herum haben, weil ich ganz genau weiß, dass ich selbst nicht vollkommen bin. Ja, ich denke, es wird keinen einzigen Menschen hier auf Erden geben, der irgendwo vollkommen ist. Wir haben alle irgendwo unsere Fehler, unsere blinden Flecken, die wir teilweise nicht sehen wollen. Und wenn es keine Menschen um mich herum gibt, die selber denken, sondern die immer nur denken lassen, also wenn ich das jetzt zum Beispiel mache und alles euch vorkaue, dann schaffe ich ja um mich herum keine Menschen, die selber denken. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass in dem Moment, wo wir anfangen, selber zu denken, denken, dass wir dann uns gegenseitig auch so ein bisschen hochschaukeln können auf ein anderes Niveau, wo wir in noch anderen Sphären denken können. Und wenn ich der Einzige bin, der denkt, dann, ich sage mal, gibt es ja keine Sparingspartner, wenn man das so nennen möchte. Also, solche Menschen hätte ich ganz gerne um mich herum. Und ich denke auch, gerade dann, wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, es braucht diese Menschen einfach. Es braucht Menschen, die anfangen, selber zu denken. Und wenn wir uns vielleicht mal das Zitat von Konfuzius jetzt mal kurz nehmen, der da ja sagt, der Mensch hat drei alle Wege klug zu handeln. Das erste ist durch Nachdenken, das ist das Edelste. Dann durch Kopieren, das ist das Leichteste. Und der dritte Weg wäre durch Erfahrung, das wäre dann das Bitterste. Und wenn wir uns jetzt das Zitat anschauen, dann ist es ja so, ich meine, ich animiere euch jetzt darüber, dass in dem Moment, wo ihr über Denken fühlen wollt, wenn ihr das selber sozusagen zuordnet, dass ihr selbst anfangt zu denken, dass ihr das trainiert. Und das heißt, ich versuche euch so einen kleinen Arschtritt zu geben, dass ihr selber denkt. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich euch Werkzeuge jetzt in den vorigen Episoden an die Hand gegeben habe, wo ihr so ein bisschen das eigene Denken vielleicht auch selber schärfen könnt. Und insofern seid ihr da schon fast am Kopieren dran. Das heißt, das Denken und Kopieren ist sozusagen durch das, was ich da mache, schon gegeben. Und jetzt könnt ihr natürlich auch über die Erfahrung gehen und sagt, okay, nee, ich möchte alles vorgekaut haben. Aber dann müsst ihr euch auch überlegen, dann seid ihr immer wieder empfänglich für Leute, die, ich sage mal, über die Emotionen auch teilweise kommen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte auf jeden Fall euch vermitteln, dass das Denken eine hohe Rendite hat oder, um es zu betonen, eine sehr hohe Rendite. Wenn wir das Ganze nämlich jetzt mal vergleichen mit dem, wo normalerweise Rendite immer benutzt wird, dann sind das ja die materiellen Dinge, die Geldanlagen. Aber, naja, wenn wir jetzt keine biologisch funktionierenden Maschinen sind, sondern eher geistige Wesen mit einem physischen Körper unter anderem. Und wir können uns auch mit dem Reinkarnationsgedanken durchaus anfreunden. All diese materiellen Reichtümer, die ich jetzt hier in einem Leben anhäufe, die kann ich jetzt nicht mitnehmen in die geistige Welt. Und wenn ich wiederkomme, dann stehen sie mir auch nicht zur Verfügung. Also das heißt, über mehrere Leben gesehen, hat dieses Renditestreben auf materieller Ebene nicht wirklich, sonderlich viel Sinn. Wer weiß auch, wie das denn beim nächsten Mal hier ausschaut. Keine Ahnung. Aber wenn ich anfange zu denken, was sich dann dort bei mir im Geiste tut, das kann ich ja dann durchaus doch mitnehmen in die geistige Welt und vielleicht steht mir das beim nächsten Mal tatsächlich auch wieder zur Verfügung. Gleichzeitig sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen, dass in dem Moment, weil der Mensch ist ja Teil eines übergeordneten Organismus, eines sozialen Organismus und die ganze Menschheit wiederum ist auch Teil eines noch größeren Organismus und da kommen wir nachher auch in geistige Sphären mit rein. Das hatte ich beim sozialen Organismus ja schon angerissen, dass wir immer etwas dienen, was einer höheren Ordnung entspricht. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu denken, unsere geistigen Aktivitäten bemühen, werden wir mit Sicherheit auch der geistigen Welt dienen, dass dort etwas geschieht. Und in dem Moment, wo wir denen dienen, haben sie natürlich auch einen größeren Reichtum, den sie wieder, ich sag mal, auch mit uns in gewisser Weise teilen können. Also, da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, welche Synergieeffekte sich dort ergeben könnten. Also, das Denken hat eine sehr hohe Rendite und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das Denken, das ist aber so anstrengend. Will ich nicht. Ja gut, die Alternative wäre dann und müsst ihr halt bezahlen. Weil, ich meine, wenn ihr nicht denkt, wenn ihr nicht selbstständig denkt und zum Beispiel nicht zwischen euren sachlichen, emotionalen und moralischen Urteilen zu unterscheiden lernt, dann werdet ihr immer für emotionale Trigger sozusagen empfänglich sein. Also, ob es nun, ich sag einfach mal, ihr seid dann hier Opfer, für emotionale Trigger, ob es nun meinetwegen Medien und Politik sind, um jetzt das zu betrachten, was denn da in der Politik oder denn da auch in der großen Öffentlichkeit passiert. oder aber auch beziehungsweise für Marketing und Vertrieb. Hatten wir ja vorhin eigentlich schon zwei Beispiele, wo es um diese ganzen Gelddinge geht. Da seid ihr letzten Endes immer wieder Opfer, weil diese Jungs hier, die suchen auch eure Emotionen, die emotionalen Trigger, die Angelhaken, mit denen sie euch packen können, damit ihr deren Produkte kauft. Finden wir nachher auch noch ein paar mehr Beispiele. Ich bin ja noch nicht fertig mit dem YouTube-Kanal hier. Und wenn ihr euch dieser Dinge nicht bewusst seid und euch dort einerseits einsacken lasst, könnte es aber auch gleichzeitig sein, dass ihr nicht nur Opfer seid, sondern dass ihr gleichzeitig auch Täter seid. Okay, das gehört so rum da. Aber ist egal. Gut, Opfer oder Täter. Je nachdem. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr seid Täter, dann, ja, und ihr könnt euch vorstellen, vielleicht auch, dass es so etwas wie Karma gibt, dann dürft ihr diese Rechnung wahrscheinlich irgendwann auch nochmal bezahlen. Und ich meine, wenn diese karmischen Knoten dann irgendwann aufgelöst werden dürfen, oder dieses Karma allgemein, das kann jetzt vielleicht in der geistigen Welt sein, oder bei der nächsten Reinkarnation, oder aber, wir stellen uns vor, wir haben das ganze Denken abgelehnt, weil das so schwierig war. Meinetwegen, ich stehe da jetzt dann da oben vorm lieben Gott, stelle ich mir das immer so vor. Und der fragt mich, ey Martin, du hast ja doch ein paar Lernaufgaben gehabt, warum hast du denn die Aufgaben nicht gemacht? Weil, ich so, ja, war mir jetzt zu anstrengend, habe ich keine Lust zu gehabt. Ja, tut mir leid, ich kann ja nur fähige Leute gebrauchen, also du musst nochmal eine Ehrenrunde drehen, du musst nochmal runter. Habe ich keine Lust zu, ich will mich auch weiterentwickeln. Also, Ehrenrunde, und dann könnte es natürlich sein, weil, ich das vielleicht immer noch nicht verstanden habe, dass ich mehrere Ehrenrunden machen muss, weil ich da auch das Denken wieder ablehne. Ich kann dem Ganzen nicht wirklich was abgewinnen, vielleicht merkt ihr das an dieser Stelle. So, das heißt, ich darf nochmal sozusagen nachsitzen, während andere Leute, andere Leute ist jetzt gut, während andere Menschen oder geistige Wesen sich weiter fortentwickeln, bleibe ich irgendwo auf der Stelle stehen. Habe ich nicht wirklich viel Lust zu. Und vielleicht habt ihr diese, könnt ihr diese Unlust mit mir teilen. Dass ihr vielleicht auch Motivation findet, selber zu denken. So, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel hier anschauen, nochmal auf der materiellen Ebene, gerade dann hier beim Marketing und Vertrieb, wo es dann ums Bezahlen geht, da werden ja manchmal ganz schön hohe Preise, werden dann da verlangt. und da könnte man euch im richtigen Moment erwischen und dann werdet ihr ordentlich bei euch ins Portemonnaie greifen müssen. Und das tut weh. Das kann ich euch sagen. Und wir haben natürlich andererseits aber auch eine, ich sag mal, Möglichkeit, wo ihr sanfter bezahlen könntet. Also das wäre jetzt zum Beispiel bei mir selbst ein Coaching oder meinetwegen auch ein Seminar besuchen. Wobei dann natürlich, ich kann das Buch ja nochmal empfehlen, von Axel Burkhardt, mit einem Satz das Leben ändern, die Kraft der richtigen Glaubenssätze, darauf habe ich ja diese ganzen logischen Dinge mehr oder weniger aufgebaut, wobei da noch andere Dinge noch dazukommen. Aber der Axel Burkhardt, der macht das eigentlich sehr gut, nach meinem Empfinden, die Inhalte von Rudolf Steiner, der Geisteswissenschaft, wiederzugeben. Er ist ja auch Logiker, Mathematiker, Informatiker. Und da passiert bei ihm auf dem YouTube-Kanal, kann ich auch gerne nochmal verlinken, passiert bei ihm auch eine ganze Menge. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich auch nochmal ein Netzwerk, jangelo.de, verlinke ich auch gerne nochmal, wo sich auch schon Menschen treffen, die sich mit diesen Dingen näher auseinandersetzen, die einfach Bock auf Anthroposophie, Geisteswissenschaft haben und die echt Lust haben, selber zu denken. Es gibt so viele Menschen da draus, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, wer dann aber so persönliche Betreuung oder sowas von mir haben möchte, der kann ja natürlich gerne dann ins Coaching kommen oder aber auch dann Seminare, dann habe ich nochmal, haben wir nochmal den persönlichen Kontakt, können wir auch gerne machen, verlinke ich alles nochmal hierunter. Habe ich irgendwas vergessen? Ne, sehe ich jetzt nicht. Das sollte an dieser Stelle gewesen sein und ich denke, wir können uns dann auch schon auf das nächste Video freuen, das wird auch wieder ein Knüller. Bis dann, tschüss. erstennst du es so hab ich mich mit dir in den letzten Video uitetiert. Jan übern es